Guten Abend, Agent Dickebic, guten Abend, Agent Sexy Peter. Willkommen bei Ihrem neuen Auftraggeber. Übrigens, hier ist Rauchverbot. Hier sehen Sie eine handverlesene Auswahl herausragend schlechter Filme, die sich kein Mensch jemals wieder freiwillig anschauen würde. Ihre Mission, falls Sie den Auftrag annehmen, beweisen Sie, dass auch solch unerträgliche Scheißfilme sehr wohl Spaß machen können, wenn sie bei uns laufen und man sie sich gemeinsam ansieht. Der Einsatz von Alkohol und anderen bewusstseinserweiternden oder reduzierenden Substanzen ist dabei gestattet. Wie immer gilt aber, sollten Sie oder ein Mitglied Ihres Schlefahrtsteams mentalen Schaden erleiden oder schlechte Quoten einfahren, wird RTL jede Beteiligung an dieser Sendung abstreiten. Diese Nachricht wird sich innerhalb von fünf Sekunden selbst zerstören. Viel Glück und Gott sei mit Ihnen. Jetzt bei Schlefahrts. Jetzt bei Schlefahrts. Jetzt bei Schlefahrts.